Und ein herzliches Hallihallo zu Trottle in Terrorist Town mit Alex. Hallo Leute. Pierre. Hallo. Sepp. Hallo. Antonia. Hallo. Und Bedolfers. Äh, hi. Ich bin detective hier. Geil Lollis. Geilte Scheiße. Ich war weder in der letzten Sekunde, noch jetzt bin ich mal Detective. Warum bin ich jetzt auf einmal so wenig Detective? Das ist voll scheiße. Was? Geh da. Boom. Headshot. Boom. Was hab ich ab? Ich kenn den Webdom nicht. Hi Pierre. Hi. Aber dieses Random mit Detective ist auch nicht so random. Ich glaub Bedolfers war's noch gar nicht und ich noch nicht. Ah. Ah. Das ist ja ein Loch. Was? Scheiß Diskriminator. Ist da los? Das Haus ist ja so komisches Lochding und so. Hallo. Aber ich werde auch über eine schlechte Wahl für Detective. Wieso? Mach eine Taschenlampe an. Ja, stimmt. Ach ja, stimmt. Es gibt ja eine Taschenlampe. Hallo Antonia. Hallo. Das nimmt aber den Style von der Map runter. Der Enderman ist schon krass, irgendwie da so rumliegt. Der Enderman hat mich gerade erschlauert. Ja, ich komm so aus. Was ist denn hier? Mann. Wow. Wer hat hier geschossen? Antonia. Gar nicht wahrs. Hä? Was ist denn das hier? Ach, der Enderman. Wieso? Ist das hundertprozentig konfirmt oder was? Hallo? Ey. Wow. Betreff was. Was ist los? Hier hat irgendjemand den Enderman hingeschmissen, ne? Wie? Wie kann man hinschmeißen? Guck mal, der ist, der liegt hier. Wie kann man den, den kann man hinschmeißen? Wie kann man den, den kann man hinschmeißen? Wie kann man den Enderman werfen? Nein, ich hab einen Enderman. Ah, fuck. Fallschaden. Achso. Der Enderman ist tot. Lebst du noch, oder? Ich lebe noch, ich hab noch. Der Enderman ist tot. Aber es ist trotzdem nicht so kreckelnd. Wow, Sepp, ey. Wir müssen den Enderman retten. Darf ich Antonia jetzt erschießen? Nein. Antonia? Ich hab Angst. Antonia ist Traitor. Bin ich Traitor? Doch, ich erschieße dich jetzt. Nein, ich bin nicht Traitor. Ach ja. Sepp, ganz ruhig. Wow, wollte ich gar nicht. Äh, hier wird auf mich geschossen, glaube ich. Nein, ich hab mich verbuggt und ich versuch grad hier wieder rauszukommen. Wer ist denn hier? Sepp? Du bist für... Ja, ich. Hi. Du willst wissen, wo Antonia ist. Ich bin nicht Traitor. Oh, fuck. Vollschaden. Lebst du aber auch noch, oder? Kann ich irgendjemand mal grad retten kommen? Äh, du lebst auch noch nicht, oder? Das ist aber sowas von ne Falle. Alles klar. Also Antonia, wo bist du? Nein, ich hab mich wirklich festgemacht. What the fuck? Ja. Ich hab ihn gerade hier auf dem Dach gefunden. Antonia ist Traitor. Warte, ich komm mal, ich komm mal, nicht schießen. Ey, ich bin eh hinter Glas, ich kann eh niemanden erschießen, wenn hier jemand kommt. Da. Danke. Es ist so unpraktisch da drin, da kommt einfach überhaupt nicht mehr raus. Warte, ich nehm das Eisen mit. Wer wurde jetzt noch erschossen? Außer Pia? Ich hab... Ey. Feldo, ganz ruhig. Feldo ist noch da. Ja, ich mach doch gar nicht. Wer ist noch da? Sepp? Feldo ist bei mir. Ich bedäuf' uns. Ich hab einmal sterben, dann... Alle noch da, oder was? Okay. Hab ich irgendjemand vergessen? Wollen möchtest das Eisen bringen? Pia ist ja confirmed, das. Okay. Hier ist ein Ofen. Ich schmelze das Eisen. Don't touch the machine. Oh! Oh, was ist das denn? Äh... Zum Testen. Warte, wie geht das? Wir haben hier einen Tester. Antonia? Wer hat einen Traitor-Tester? Wo denn? Bindet aber nicht. Unter ihr dich irgendwo, ne? Hallo, bitte gucken wir nicht so wohl so an. Der sagt, dass ich bin und ich bin nicht. Ich seh, Antonia ist es, weil sie Pia erschossen hat. Ich seh, Antonia, aber sie hat... Ah, der Fäder schießt auf mich! Ich seh, ich bin das gar nicht. Feldo war's. Feldo war's. Also Feldo und Antonia. Antonia hat... Hast du ihn dann... Okay, er war ein Traitor, okay. Heißt, du bist schon mal confirmed? Heißt, es können aus meiner Sicht nur noch die zwei sein und Antonia ist da einfach... Weil Pia hat gesagt, dass Antonia es ist, bevor er gestorben ist. Häh? Hat er nicht gesagt. Hat er nicht gesagt. Ja, toll, aber ich bin einfach mal nicht zugehört oder hab ihn sogar überhört. Und ich hab genau gehört, dass er... Irgendwann schießt auf mich, irgendwann schießt auf mich. Wo bist du? Sniped auf mich. Wo bist du? Äh, Antonia sniped doch nicht. Äh, doch. Könnte auch sein. Oh mein Gott. Alex, du bist wundet. Doch, Antonia, du glaub ich... Wir haben bei ihm auch auf mich gesniped wurde. Ich sniper gar nicht. Dann sag doch mal, wo du bist, Antonia. Wenn du... Ich bin beim Haus. Beim Haus. Ich wurde auch aus der Richtung... Er ist schon angeschossen, ne? Es gibt ja nur 8 Millionen. Bei dem einen. Wie soll man das bitte beschreiben? Oh, ist ein toter Kripper. Ich wurde auch aus der Richtung angeschossen, also abgeschossen. Aus der vom Haus. Kann man, wenn man tot ist, die Leichen von den Viechern hier übernehmen? Äh, keine Ahnung. Wer schießt? Okay, also Antonia. Antonia ist es. Okay. Jetzt hätten wir nur wissen müssen, wo er war. Wo bist du jetzt überhaupt? Ich bin aufs Dach gegangen. Das sag ich jetzt auch noch. Ich trotte. Ja, er snipet sich halt weg. Oder versucht es. Ja. Ist egal, dass uns beieinander bleiben. Dann muss Antonia uns beide kennen. Ja. Das sei denn egal, obwohl. G-Hard, aber gut. Müssen wir halt in zwei unterschiedliche Richtungen laufen. Alex. Alex. Ja. Was ist? Ja, und? Sie muss uns holen, nicht umgekehrt. Eben. Ja, also. Ach so. Okay, jetzt hab ich kapiert. Hä? Was macht ihr da für geheime Pläne? Aber ich hab nur noch 50, äh, Dings und ich hab Angst wegen Falschaden. Ja. Ist eh schon Haste-Mode. Sie hat, äh, glaub ich, zwei oder drei umgebracht. Das sind dann jeweils 30 Sekunden. Ich weiß, wir sind zu dreht. Also hat sie drei Stück getötet? Oder hat der andere Traitor noch jemanden gekillt? Ist ja auch scheißegal. Auf jeden Fall dann. Antonia, schieß auf mich. Ja, Antonia. Bist du noch der Alex oder bist du tot? Scheintot. Alter, grad umgedreht. Ach ja, Mensch, Mensch, du. Aua. Ne, und was machst du gerade so? Bist, bist nicht jetzt alle anderen tot, oder was? Ja. Du bist irgendwie ziemlich schwach. Schon irgendwie, ne? Ja. Mann, warum versteckst du dich so? Wo bist denn du jetzt? Wo bist denn du? Wer kann hier draußen rum? Schimpfst du mich nicht? Nee. Vielleicht will ich die auch gar nicht finden. Vielleicht will ich mich ja einfach selbst umbringen. Ja, ich hab's gehört. Ja, eben, nee. Ist schon doof, irgendwie, wenn man nicht Treppen steigen kann. Ja, na? Leute, mal noch kurz eine Frage. Eine Frage. Hier ist gerade die... War das da einen, den du vorhin gefragt hast, der auf dem Server war? Ja, okay, der ist gerade rausgegangen, okay. Da war eigentlich gerade noch einer auf dem Server. Okay. Pixel Place oder so. Alter, du bist noch muted. Feldo. Ja, ist das nicht der, den du vorhin angefragt hast, ne? Nein, der, den ich angeschrieben hab, nennt sich bei Steam das Poshy. Okay. Ja, nee. Aber ich hab heute voll viele gehört. Er ist, äh, nice, er ist ja wieder raus. Äh, deswegen ist in Ordnung. Aber sonst hätt ich ihm halt gebarnt, weißt du. Ja, sobald es einer von mir ist, dann gibt es Bescheid. Ich war heute voll gut. Aber alle, die ich angeschrieben hab, die haben abgesagt bis jetzt, deswegen. Ja, gut, vor mir kommt einig. Und Pierre, wer hat dir zugehört? Das nächste Mal, wenn ich irgendein, also du, ich werde direkt bannen, wenn ich jemanden jetzt wieder auf dem Server sehe. Danke, Sepp. Mach das, ja. Sehr konsequent ist das. Der ist ja ein Privatserver, ich hab nur das Passwort nicht reingemacht wegen Joining. Was, ich hab's wirklich überhört, hab ich schon gesagt. Das nächste Mal zuhören, du Lutscher. Ja, sorry. Ich hab keinen Shotgun, ich hab so'n Scheißding, weißt du, hier, Antonia. Hallo, Alex. Hallo, ich bin in Inno-Sendier. Ach, scheiße, ich hab verpasst, in der Scheiß-Preparing-Phase hier runterzugehen. Jetzt kannst du dir schon wieder Schaden hier beim runtergehen. Ich bin eh zu inkompetent dafür. Ich bin's nicht, ich bin's nicht, du kannst mir vertrauen, ich spür's dir. Ganz ruhig, Leute. Ich werde gerade umzingelt. Nein, ich bin ein Jochen. Hallo. Wir alle immer sagen, ganz ruhig, ich bin's nicht. Ganz ruhig, ich bin's. Okay, Feldo, wo ist Feldo? Oh, direkt Feuer auf Feldo eröffnen. Ich bin's nicht, du kannst mir nicht vertrauen. Ja, ja. Hallo, Feldo. Hallo, Sepp. Hallo, Toni. Ich bin die ganze Zeit schon hier. Danke. Bist du's? Bist du's? Nein. Ich war's gerade schon und ich hab verkackt, also geb ich doch jetzt kein Zugehen. Aber kommt, weil du so schlecht waren wir gar nicht. Ja, du nicht. Ich schon. Ach, Pierre, wenn du, oh, jetzt ist ja auch noch der Feldo oben. Ja, für oben ist schön. So langsam wird's mir jetzt so voll. Vor allem, wenn, obwohl, wenn, also wenn ich tot bin, dann ist es wahrscheinlich Feldo und Pierre, weil Feldo steht links und Pierre steht rechts. Wenn ich mit tot bin, dann kannst du andere sehen, wenn der andere noch schreien, wer es war. So, ich spiele jetzt gerade mal auszugucken, also unglaublich leicht zu töten. Mann, der kommt dann mal nicht raus. Oh, das ist auf dem Baum. Ein Apfel ist auf dem Baum. Ein Apfel ist auf dem Baum. Hallo, Alex. Ich lebe noch, mir geht's gut. Also, Toni. Hallo, Alex. Toni, so viel du am Lachen hast, das ist unglaublich creepy. Ich hab gerade einen Enderman erschossen. Also, der lag schon tot auf dem Boden, aber ich hab nochmal drauf geschossen. Ist schon einer tot? Nein. Nee, alle leben noch. Also, wenn ich Tab drücke, so leben alle noch. Geh raus, geh weg. Vor allem, ja, boah, da ist jetzt, verrät der wieder, wo ich sitze. Ach, Tab. Da ist noch einer. Ja, ja. Boah, wie misstrau ich einfach alle nur sind. Zurecht? Das ist aber wichtig, du traust einfach keinem mehr. Also, ich bin dafür, dass es Antonia und Tab sind, weil es ist noch keiner tot. Ich bin's. Ich gebe es ja zu, gell, Alex, nie? Nein. Schüsse, ich höre Schüsse. Bist du, du, Antonia? Bist du irgendwo bei mir, oder warum sagst du das so? Oh, nicht. Bist du irgendwo bei mir? Sepp, du Drecksau. Der Feldo ist gerade vor mir gestorben. Oh, was für ein Zufall. Sepp, du Drecksau, kriegst du von mir so die Schnauze voll, Alter. Woher ist ein Sniper, dir? Und ich hab keine Sniper, wie du vorhin gesehen hast. Boah, du gehst von mir so die Schnauze voll, ich schwör's dir. Sorry, ich konnte nicht widerstehen. Wirfst du mir Eiskarnöze, dann wie du die Fresse warst. Machst du mich sauer, mein Freund. Wer ist denn jetzt noch da? Ich bin noch da. Komm, Sepp, lass deinen Kopf nochmal rauslunzen, damit ich ihn hier wegpusten kann. Also, wer hat denn einen Sniper? Der hat nämlich gerade Felde weggesnipert. Ich hab'n der Shotgun hier. Hat denn den Felde schon jemand confirmed? Ja, der hat mir aber bezeugen, dass ich ne Shotgun hatte. Ja, aber Sepp, Antonia, Sepp ist es. Antonia, Sepp ist es. Nein. Sepp hat Felde gekillt und hat mir ne Insta-Tabin in meine Ecke geworfen, weil nur er und Felde wussten, wo ich bin und Felde ist tot. Aber Sepp hat eine Kanade in der Hand, bedeutet, was ich bin's wirklich. Ich hab noch 14 HP. Ich bin's nicht. Ja, dir trau' ich auch, dir trau' ich auch. Ich bin's auch nicht. Ich konnte nur schnell genug mal abhauen. Hilfe, Sepp ist es, Sepp ist es. Ach, nee. Puh, ich hab' ihn getötet. Oh, nice. Okay. Oh, ich hab' jetzt auch nur noch ganz wenig. Ja, ich bin's nicht. Ja, bitte mach sowas nicht. Nein, ich bin's wirklich nicht. Alex ist es. Dann ist es Alex. Alex ist unten. Dolphus. Was wollt ihr von mir, Alter? Ich chill hier nur mein Leben. Du bist der Letzte, der übrig ist. Alex. Du bist der Letzte. Es gibt keine Ausreden mehr. Antonia hat Sepp getötet, bedeutet, was ist Detective und Sepp hat mich in den links reingeworfen. Nee, der wird beinahe gekillt und Veldo ist tot. Also gibt's nichts mehr mit dem Tau-Spiel. Ah, ich bin's nicht und so ne Scheiße. Doch, ich trau' dem. Ich trau' dem alles. Ich trau' dem auch. Ich trau' dem auch. Komm, ich trau' dem auch. Alles ist ein, äh, innocent. Kannst du deine Ommi erzählen, aber nicht mir. Antonia? Ja, ich bin noch da, aber ich möchte nicht mehr so lange. Dann bleib' oberhalb. Alles ist nämlich unten. Woher weißt du denn das überhaupt? Weil ich dich gesehen hab, du, Lucia. Ohne Radar. Aha. Nein, ich hab dich da runterlaufen gesehen. Ah, und ich heißt PS, Trader. Alex, ich hab dich da runtergelaufen gesehen, Mann. Ja, ich bin vor drei Jahren irgendwann da runtergelaufen und hab dann gechillt. Ja, dann hab ich gesehen, weil ich freie Sippe abgabe, du, Lucia. Ja, wow, und nur weil ich runtergelaufen bin, ist das ein Grund, dass ich Traitor bin, oder was? Nein, weil du der Letzte bist, der jetzt wirklich so übrig ist. Weil ich nix gemacht hab, ne ganze Runde lang. Okay. Ich glaub auch, dass der Alex das ist. Okay, dann sind wir ja alle einer Meinung. Ja, gut, ähm, geht ihr? Ich weiß, ich weiß, was war, ne, das ist. Was heißt denn das jetzt hier? Overtime. Ich hör Schüsse. Von mir, ja. Ach ja, komm. Ich hab Bock mehr. Okay. Ich hab nix gemacht und einfach so, ja, und du bist, du bist, du bist. Alex, du raffst es nicht, gell? Nee. Antonia hat Sepp getötet und der war Traitor und wir dachten, es ist Detective. Ja, du wirst der Letzte, die gefragt. Und ich bin der Lucent. Wann raffst du's eigentlich, dass du Traitor bist? Das Spiel nix bringt. Wie läuft das? Overtime heißt, dass die Zeit eigentlich vorbei ist, aber die Traitor jemanden getötet haben, deswegen, wo das Zeit läuft. Und ganz am Herzen, Alex. Es gab nur noch dich. Nee, der andere. Nee, der andere. Ich glaub, sie hat mit der Feuergranate low geworfen und Antonia angeschossen und die war fast tot. Und dann hab ich zurückgeschossen. Und dann rottst sie mich weg. Dafür hab ich völlig schön mit der Silence von Film runtergeschossen. Ja. Ja. Ja, das war Detective Alex. Du musst mal auch mal nachdenken. Das hab ich tausendmal gesagt gehabt, dass du einfach Traitor bist. Ja, ich wurde aber abgedenkt. Ich hab's aber nur tausendmal wiederholt. Ja, ist ja gut, Mann. Chill, Alter. Du warst grad... Ja, ich musste mich auch muten, weil hier wieder Stress war. Ich weiß nicht. Ich konnte... Ich musste Brand AFK sein. Deswegen. Detective! Ich konnte 30 Sekunden dann nix machen. Oder so. Ja, aber... Ja, ich hör Schüsse. Ja, ich hab auf den Enderman geschossen. Warum schießt du einfach auf den Enderman? Das ist fei... Ja, aber es hat den Schaus. Das ist mein einziger Traitor und ich kann nix machen. Einfach nur. Willst du aus dem Wasser raus? Willst du aus dem Wasser raus? Bin schon aus dem Wasser raus. Oh. Alter. Ja. Auf mich wird geschossen. Antonia hat Sepp Felder weggemacht. Direkt von meiner Nase. Ich habe Antonia gesehen, wie wir sie drauf geschossen hatten. Hab an Antonia getötet. What the fuck? Der Enderman hat sich wegteleportiert. Alter. Hallo? Alex? Ach Alex. Ich hör Schüsse hier. Alex, es ist... Ich bin gar nix. Alex, es ist... Ich hab's einfach nur so weggemacht. Da war irgendwie... Ich hab die Schüsse gehört und hab irgendjemanden umgebracht. Ja, ja. Ja, ja. Ist so. Aber es wär die... Pierre, okay. Komm, ich darf zu Pierre. Ganz ruhig. Ich lass mich von Pierre abschießen. Ganz ruhig, ganz ruhig. Weil dann... Ja, ja, die Minuspunkte. Okay. Sorry, mir doch nicht los. What the fuck? Antonia, hast du mich wirklich umgebracht? Ja. Hä, wer waren jetzt von euch Traitor? Geilte. Geduldfuss. Hab's gut gemacht. Antonia und Geduldfuss. Getrusted. Geil, nur mal nur als Info. Hab ich gar nix. Ich hab ihn einfach umgebracht. Keine Ahnung warum. Du hast mich einfach abgeknallt. Ja, ich hab da... Ich hab... Ich bin hier hochgegangen. Du hast mich einfach abgeknallt. Ich hab ja gehört, dass da diese Schüsse waren, dass Antonia gestorben ist. Und da hab ich gar nicht mehr geguckt, wer jetzt von den beiden überlegt hat. Ich hab einfach draufgerotzt. Ja, weil... Ich hab die Antonia schingen geblieben ist und nach Zett... Äh, Vildo gezielt. Ganz, ganz lange. Und dann hab ich einfach nie gegeben. Und ich wollte... Ich wollte nur den Enderman verfolgen. Boah, hoffentlich werde ich jetzt mal wieder Trader. Das macht doch gar keinen Spaß so, ey. Ey, wieso hab ich Minus-Kamera gekriegt, glaub ich. Weil du auf mich geschossen hast, Pia. Ach, stimmt. Ja, ganz ehrlich, Alex. Wieso killst du aber auch immer Sepp, ey? Keine Ahnung. Warum killst du einfach mich, ey? Boah, da hat jemand falsch angekriegt. In dem Moment, wo du gesagt hast, ich komm zu dir und lass dich von mir töten, wusste ich, okay, bedeutet, was das ist. Kein Falsschaden, direkt den Tod. Juhu, ich bin mal Detektiv. Das heißt, ich werd mal nicht random abgeknallt, sondern nur von irgendeinem... Äh, was war das? Tricks Traitor. Ja, hier ist jemand Traitor. Hier ist jemand direkt vor mir in diesen scheiß Raum rein. In welchen Raum denn? In den Traitor-Raum, den es hier gibt. Ähm, bitte hoff, es ist gerade vor mein... Hier kann man die Wand runter machen und es ist unter dem Turm. Und da ist irgendjemand rein gerade. Wo denn? Traitor-Raum bei dem Turm. Ja, Pia ist es, Pia ist es. Er schießt auf mich und er hat nachgefragt. Pia ist es auf jeden Fall. Und wem sagst du das gerade jetzt noch? Ja, keine Ahnung, meine Mutti. Weil alle drei, die da unten standen, haben vor allem ein Handy gekriegt. Mit deinem scheiß Handy, du gehst mir so auf den Sack. Das kann Sepp und Antonia bedolfers bestätigen. Das ist der Grund, warum ich dann auch noch ein Handy kriege. Ich meine, das sind nur noch Hatties. Ich glaube, ich lade als nächstes nur so verwinkelte Maps runter, die so wie hier im Untergrund sind, nur überall. Boah, das sind richtig geile Hatties, Alter. Bedolfers stand rum. Sepp ist eben, habe ich ein Laufen-Heddy gegeben und Antonia war direkt neben mir. Also, so wie ich sage, Atlantis aufgebaut ist. Das ist aber viel geiler, weil das mag ich noch mehr. Ähm, Fel, du weißt wo er ist, gell? Ja, ich bin nur unglaublich scheiße. Ja, dann lassen wir mal bitte, ich gebe mir schnell ein Handy. Easy. Oh ne Scheiße, wir müssen echt mal für Pia und für ein paar andere Leute sowas einbauen. Das geht echt auf den Sack. Was haben wir da gemacht? Echt, einfach ne Scheiße. Echt, ähm, wir müssen mal ein bisschen runterdrücken, das kann nicht sein, dass Pia einfach so, wahrscheinlich läuft er noch dabei, gechillt oder rennt dabei noch und fällt halt nicht los. Das ist einfach zu überpowered, ja. Das waren drei Hatties innerhalb von 10 Sekunden, ey. Ja, du warst oben auf dem Dach, ne? Ja. Und da warst du mit Schwingen, die warst für mich einfach nur ein, ne, ja. Ich wollte mir erst mal ne Waffe suchen. Ist sehr gut, zweite Runde und Pia rekt mich schon wieder auf. Ich dreh mich rüber zu Antonia, seh, dass die eine falsche Waffe in der Hand hat, in dem Mensch sterbe ich halt auch direkt. Genau, hab ich noch gedacht, irgendwie, hä, die Waffe passt überhaupt nicht. Und zack, weg. Ja, und Antonia stand direkt an der Wand und guckt so, äh, wir wicken in die Gegend und dann geht's auch mit dem Handy. Das ist immer bei mir gefährlich, ich werde durch Pia aggressiv und dann fang ich mal sowas wie Sepp an. Wieso aggressiv? Ich mach da einfach nur Kills, Mann. Ja, aber ich bin trotzdem aggressiv. Deswegen passiert sowas auch. Das ist dann, wenn ich jemanden sehe, drück ich einfach auf abdrücken, weil ich irgendwie, mein Finger, mein Finger denkt für mich in dem Moment. Ich hab einfach kein Problem, was du denkst. Mein Finger denkt für mich in dem Moment. Ja, wenn jetzt die Leute noch meinen Nachnamen kennen würden, dann würdet ihr das noch mehr verstehen. Spaß. Ja, komm, Pia muss direkt so, oh, 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 oh. Nee, der ist echt schlecht gewesen gerade. Alex, der war wirklich scheiße. Du musst ja, Mann, kannst du meinen Nachnamen, du lachen? Bin sie selbst, ich bin wirklich nicht. Oh, Mann, ey. Äh, Punkt 1 durch deinen TS. Achso, stimmt, ich stand mal da. Punkt 2 durch Facebook. Ach, scho, ich weiß nicht. Ich such mal eine Waffe. Warum stalkt er mich? Du hast nicht gestalkt. Hab ich dich schon oft angenommen, Mann? Du hast mir die Anfrage geschickt. Scheiße. Weil ich die Pia geschickt hab. Hallo. Weil ich Pia bei Chris gefunden hab. Stimmt. Aber brauch ich die Ewigkeiten her, Mann. Das ist jetzt eine gute Taktik, wenn ich einfach anfange, jeder runter irgendwie versuche, Pia umzubringen. Egal, ob ich selber selbst sterbe oder nicht. Kannst du es versuchen. Also ich bin auf Facebook auch so selten online. Das ist denn da hier. Feldo. Das bin ich. Ich bin immer Chat offline. Ich gucke immer nur auf die Anfrage. Antonia, was machst du da? Benachrichtigungen. Ich will wieder davon schwimmen. Ich bin eigentlich nur auf Facebook, wenn ich die immer gekriegt hab, von wegen du hast irgendwie so 12 Nachrichten. Und dann prüfe ich die alle. Also ich bin auch wieder auf Facebook. Meine Social Media Plattform ist Steam. Äh, meine nicht. Oh Mann, ich will weiter schwimmen. Deswegen hast du auch anders daran angefunden. Sind sogar Fische? Ja. Cool. Alles, wenn du mich jetzt killst, ich wollte dir dann, äh... Äh, warum? Was macht ihr hier? Oh, du bist denn überhaupt? Gerade verpisst. Der Creeper ist trocken. Alles, du gehst mit meinem Headshot. Ich weiß dir. Ich tebege grad den Enderman. Was zum Teufel machen die hier alle? Ja. Okay. Alter, diese Leiche ist so verbuggt. Wenn man in die Leiche geht, backt man voll durch eine Gegend. Ja, ich will es. Was geht denn hier schon wieder für eine Party ab? Alter. Party up. Bedolfoß! Ja. Das ist Bedolfoß World Traitor. Ich? Ich hab nichts gemacht. Der Schüsse, Hilfe! Jemand schießt auf mich. Ja, das bin ich. Der Detective. Warum schießt er tot? Der Detective, du hast den falschen Mann. Ich glaub nicht, ich glaub nicht. Auf wen schießt du? Auf den Detektiv. Wo ist der? Der war auf dem Dach mit dir. Klar. Also wenn Bedolfoß, also Bedolfoß will ich ihm sowas echt nicht trauen, weil Bedolfoß ist der gemeinste Mensch, den ich kenne. Ist er das? Ja. Man ist echt so kaltblütig wie du hier in, ähm, wie hieß das nochmal, Mario Kart first und in SSB prügelt und wie hieß das Spiel geht nochmal, was wir in gewisse Weise heute Morgen gespielt haben? Ähm, Helldivers. Ja, mal ehrlich, da bist du so asozial. Du hast die Bugs ja echt nur noch weggeratzt. Na gut, ja auch. Was sind andere Spiele? Egal. Das ist Trouble in Terroristown. Egal. Also, wieso es eigentlich Bedolfoß ist es, richtig? Ja. Nein. Ich mein ehrlich, er ist ja auch Großmeister, ne? Ja, deswegen kann ich gar keinen. Doch, deswegen bist du ja. Du bist ja der Großmeister der... Du bist ja der Großmeister des Troubles. Lass mich mal ganz kurz checken. Antonia. Das ist Troubles. Alex. Wie haben wir das? Yeah. Also Alex ist noch da, Feldo ist noch da, Bedolfoß ist noch da und Alex ist es. Ja, komm. Yep. Ich hab grad irgendwie, ich hab ganz schwiese Gefühl, dass Sepp tot ist. Scheiße. Ich bin Detective. Ja, trotzdem hab ich das Gefühl, dass du tot bist, aber das hast du grad geklärt. Ich bin nicht tot. Dafür ist... Oh, cool. Und auf mich wird geschossen. Ja, wahrscheinlich vom Großmeister. Von da oben. Von wem? Von Bedolfoß natürlich. Ah. Hä? Ich würd nie auf jemanden anders schießen. Von dem ich nicht wüsste, dass er Traitor ist. Und das ist ja bei ihm. Es sei denn, du wärst selber Traitor, nicht wahr? Das weiß ich nicht, weil ich bin ja gerade kein Traitor. Du bist Traitor. Und wie du Traitor bist. Ehrlich nicht. Boah, Mann, ey. Ich verwerte mein halbes Auto drauf, dass du Traitor bist jetzt gerade. Die andere Hälfte bräuchte ich noch für die Arbeit. Ja, gut. Wobei deine eigene Karre irgendwie besser ist als meine. Moment mal, hast du selbst umgebracht? Nein. Gut. Ich dachte jetzt schon. What the fuck war das denn? Die Zeit ist vorbei. Ja, voll. Ich hab... Boah, du kannst hier... Alex explodiert gleich vor Wut, ey. Mensch, Alex, was war denn da los? Ich hab mich auch selber umgebracht. Der gibt dir mit der Pistole einen Headshot. Alles, was ich mal sagen würde, dazu ist... Gell? Und Steve macht egal, der Endsparte. Ja, ich bin wirklich gerade vorm Ausrasten, ey. Ich glaube, nächste Runde gibt es wieder ein bisschen Happy Triggerfinger. Okay, ich merke, ich bleib nicht bei Alex, egal was ich bin. Ach, ich glaube, ich leiste dem Alex wieder Gesell schon. War das schön. Ich fand ja klar los. Haben wir den offenen Sackgeldern kassiert? Das ist mir scheißegal, ob er innozentig ist oder ob ich es nicht bin. Okay. Okay. Nicht jucken die Punkte nicht in dem Spiel, ansonsten bin ich schon längst nicht mehr ansparen, wenn ich Treader mit Alex in Handy zu gehen, damit er ausrastet. Ich bin eh nicht mehr weit weg davon. Dann Rage-Quitte ich. Und dann? Rage-Quitte ich. Und dann? Alt F4. Das wäre aber scheiße. Warum nicht neu F4? Oh Gott. Ich hab nicht wie du oder wie ihr. Wer war das noch nie? Homus? Nee, Rage-Quitte. Ich muss schon zwei Tasten drücken. Ja, Homus hat eine Rage-Quitte-Taste. Eine Rage-Quitte-Taste. Der hat echt eine Taste belegt, um das Spiel zu beenden. Oh, und wenn wir zu lange unter Wasserbeib kriegen, würde ich übrigens Schaden. Warum bin ich eigentlich fucking, keine Ahnung, ich war so selten Detective. Hallo, Alex. Antonia. Hallo, Sepp, Sepp, Sepp. Hey, hör auf, hör auf, ich geh schon. Ich hab's gesagt, Antonia. Und du, Antonia, er ist Traitor, damit bin ich confirmed. Ich hab's angekündigt. Sorry. Ich hab gesagt, nerv mich nicht. Veldo? Ja, ich bin's nicht. Aber dank, dass mein Leben auch überweich trainiert hat. Und dann ist als Traitor auch noch dann einzugehen, ist schon ein bisschen... Oh, 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 da gefallen. Ich hab doch gesagt, im Wasser kickt man Schaden. Ach, fuck. Also, wer kann's denn jetzt noch sein? Piers Detective. Sepp, Feldo, Budolfus. Wer kann's denn von denen sein? Heldo, es tut mir leid. Ja, ist ja nicht schlimm, passiert. Ach, scheiße, ne? Ich hab' mir grad mein Gehirn ausgeheilt. Selbst ihr drei könnt'n nicht untereinander ausschließen, das sind immer noch... Ja, es gibt ja immer noch einen Traitor und der andere ist interessant. Also, das kann's aber auch du sein, weil du einfach gerade Terry-Trigger-Finger bist. Einfach deinen Kollegen. Ich kill' nicht meinen Teammaten, never ever. Ich bin kein... ich bin innocent. Ich hab' einfach nur... Antonia wollte mich nerven und hat dafür bezahlt. Und ich hab' den Damm, ich bin pulven. Antonia wollte mich nerven. Alter. Der schau's, ey. Oh, oh. Andere Leute spielen auch mit, wenn du mir folgst oder wenn du... Ich besetze den ganzen Raum und wenn du da reingehst, dann bring' ich dich um. Von daher ist das noch... Von daher ist das noch human. Ich komm' hier nicht drüber. Pierre, kann ich hier drüber laufen sonst? Nein. Nein, ich meine hier über den... Ja, mit mir dummes Dings drücken, äh... Der, äh, Shift. Ah, ist er jetzt. Au, au. Du kannst ruhig da unten bleiben. Ja, ich bin... ich bin weg. Ich lass' dich... Wo hast du eigentlich Bedarf auswählen? Ich bin im Untergrund. Ja, ist im Untergrund, okay. Okay, dann... dann ist es Sepp. Dann würde ich auch sagen, dass es Sepp ist. Also der Sepp hat... Irgendwer schießt auf mich. Irgendwer schießt auf Sepp. Ach so, gut. Ja, du schießt auf mich. Random. Das Random-Killer. Nein, das war klar. Okay. Ich hab's angekündigt, Antonia. Das ist eigene Schuld. Ich hab's angekündigt. Wie, das läuft dir nicht. Ich bin vorhin auch so. Random. Dann suche ich mich jemanden anderen, den ich hinterher renne. Genau, such dir jemanden anderen. So, okay. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.